Hallo Leute, was geht ab? Mein Name ist Ganser und Film und ja, heute ist es wieder ein weiteres Video von mir und zwar gibt es heute Minecraft Titan 4 News. Ich weiß, es kam schon so lange keine Minecraft Titan 4 News, aber ich wollte erstmal darauf warten, bis einfach neue Gerüchte oder neue Aussagen zu diesem Minecraft Projekt jetzt vorkommen. Und zwar hat Sinus am Montag ein Nice-Team rausgehauen mit der Information, ja Leute, Minecraft Titan 4 würde es erstmal jetzt nicht geben, sondern es wird jetzt erstmal pausiert. Es kann sein, dass es nach, also nächstes Jahr irgendwie rauskommen könnte, aber es muss nicht sein. Der Grund dazu genannt, also der Grund wurde dafür genannt, dass sehr viele YouTuber einfach keine Lust haben. Das heißt, das Projekt hatte nicht genug teilnehmen, obwohl Minecraft YouTuber wie Sender mehr ist und ich sie nur selber meine eigene Hilfe angeboten habe. Aber er einfach mich ignoriert seitdem wieder, also als typischer Sinus muss ich ehrlich sagen, kam erstmal auf mich zu und meinte, jo Alter, wir können mal darüber reden, wir können mal in Kontakt treten und dann sich bei mir nicht mehr melden. Es ist einfach geil, Props an dich, tg, also keine Ahnung, Minecraft Titan 4 ist eigentlich ein geiles Minecraft Mod Projekt, das ist echt geil, das würde ich selber sehr, sehr gerne mal organisieren. Eigene YouTuber, also eigene Leute, Freunde einladen und das mal zocken, würde ich echt mega, mega gerne tun. Das war es eigentlich so mit der kurzen Episode, ich wollte einfach nur sagen, jo Leute, Titan 4 wird erstmal jetzt nicht kommen, wird wahrscheinlich dann nach Waro 5 kommen, wenn die Interesse, also wenn der Interesse dazu besteht, wird es dann nach Waro 5 kommen. Würde mega geil sein, aber trotzdem, was soll man jetzt machen. Ich hoffe, das Video hat sich gefallen, wenn ihr einträchtigt, nehmt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert mich über das Video von mir, ansonsten, ich bin raus und ciao.